Leute, ich finde es nochmal. Für die Leute, die es nicht wissen, wo man beim A4B8 8K5 2009er Baujahr die Batterie lädt. Also die Batterie befindet sich ja im Kofferraum unter dem Reserverad. Aber die Batterieladepole befinden sich im Innenraum des Fahrzeugs. Und zwar im Motorraum, unter dieser Klappe, befindet sich der Plus Pool. Und zwar hier unter diesem Deckel. Der Pool ist mal auf. Da ist der Plus, wo die Batterieklemme Plus rankommt. Und auch immer die Plus-Klemme zuerst setzen. Bevor ihr überhaupt eine Klemme setzt, das Ladegerät aus der Steckdose noch draußen lassen. Und die Minus-Klemme befindet sich auch hier vorne. Und zwar hier. Wie beim linken Stoßdämpfer. Also immer erst Plus-Klemme setzen. Minus-Klemme setzen. Und dann das Ladegerät in die Steckdose stecken. Um Funkenschlag zu vermeiden, falls irgendwas gast. Damit nichts anfängt zu brennen in euer Fahrzeug. Die direkt an der Batterie. Weil das kann Knallgas entstehen bei der Ladung. Also immer Vorsicht geboten. Gut. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Dann bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dann bis zum nächsten Video. Vielen Dank.